Begründen. Begründen bedeutet, dass man einen Grund legt. So kann man zum Beispiel sein Glück begründen. Man kann also, wenn man glücklich sein will, kann man Yoga üben und meditieren und begründet so sein inneres Glück. Man kann auch etwas neu schaffen und so kann man zum Beispiel ein Yoga-Zentrum begründen. Begründen heißt aber insbesondere, dass man einen Grund für das angibt, was man tut. Man kann zum Beispiel seine Forderungen begründen, seinen Antrag begründen und man kann auch begründen, warum man Yoga macht und wie man Yoga macht.